Brauchst du Hilfe beim Öffnen? Kein Problem! Warum die Kappe mit deiner Hand öffnen, wenn man sie auch mit einem Kick aufdrehen kann? Hm, gleich ist es soweit. Boom! Hm, naja, so gesehen ist das ja eine Kappe, oder? Wir fordern dich heraus, nicht über diese witzigen Tricks und Prints zu lachen. Ähm, kommst du klar mit deinem Shirt, Sophia? Ey, warum komme ich da nicht raus? Oh Mann, das wird eine super Story. Autsch. Okay, sollen wir zeigen, wie es richtig geht? Wow, das ging ja schnell. Ups, Olivia hat's nicht ganz geschafft. Wow, Jess, das hättest du auch abgehakt. Hey, äh, Leute, kann jemand, ähm, äh, Olivia da drüben helfen? Oh, sorry. Hey, Leute, ich hab ein kleines Geschenk für euch. Yay, was da wohl drin ist? Hä, noch eine Box? Wo bleibt denn das Geschenk? Oh, ein Gutschein. Gib hier. Hey, ich hab den zuerst gefunden. Viel besser als Fernseh gucken. Ich hol mir Popcorn. Lass los, das ist meiner. Warte mal, ich hab ne Idee. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Echt jetzt? Gib einfach auf. Hey, wo gehst du denn hin? Hör auf zu ziehen. Komm schon. Okay, lass uns versuchen, den Gutschein mit unserer Stirn zu fangen, okay? Jeder hat zehn Versuche. Nach dir, Lilly. Bereit? Und los geht's. Äh, ist das überhaupt möglich? Lilly braucht danach ganz sicher ne Gesichtso-P. Lana, das machst du doch extra, oder? Du bist dran, Lana. Na, gar nicht so einfach, oder? Oh, Mann. Yes. Ah, geschafft. Och, Mensch. Wir sehen uns, wenn ich mit vollen Taschen zurückkomme. Na gut. Ich kauf dir ein paar Socken. Hey, Netflix und chillen bei Sophia? Cool. Und die Snacks sind der Hammer. Hm, ich krieg das einfach nicht auf. Hier, Olivia. Versuch du's mal. Oh, das Ding sitzt echt fest. Hat das jemand draufgeklebt, oder? Was ist hier los? Oh, wer ist das denn? Man nennt mich Jess. Die Deckelabtritt, Königin. Hm. Oh. Gern geschehen. Wow, bestanden. Hasta luego. Äh, was war das denn grad? Versuchen wir's auch mal? Okay, bereit? Los geht's. Wow. Äh. Okay. Äh. War. Was auch immer. Ich mach das mal alleine. Ups. Kannst du den Deckel abtreten, Olivia? Äh. Komm schon. Äh. Oh Mann, du blöder Deckel. Wow. Seit wann können 10 denn sowas? Äh. Sei eins mit dem Deckel. Wow. Das hat ja echt funktioniert. Hier kommt die Superquote. Upsi. Hey. Wer war das denn? Okay. Aber jetzt wirklich. Hey. Wo ist denn die Flasche hin? Was denn? Die bleibt nicht ewig kalt. Oh. Hey, Vicky. Meine Güte. Die rennt ja hin und her. Ein bisschen zu viel Kaffee getrunken heute, oder? Okay. Ich muss gehen. Ciao. Hey. Was denn mit deinem Rucksack? Schnell. Setz ihn auf meinen Fuß. Okay. Wow. Wie hast du das denn gemacht? Das war ja abgefahren. Das gucken wir uns noch mal in Slow-Mo an. Einfach nach oben schleudern und mit den Armen fangen. Seht ihr? Ziemlich cool, oder? Spart auf jeden Fall eine Menge Zeit. Warum versuchst du es nicht immer, Emily? Sieht so aus, als würde so ein Stump doch ein bisschen Übung brauchen. Okay. Noch ein bisschen mehr Übung. Hey, Emily. Mach mal eine Pause. Du verletzt dich noch. Sehen wir es ein. Bei dem Trick hat Emily echt versagt. Oh, naja. Geht doch. Ob Süßes oder Bananen, jeder ist Sachen anders. Oh, lecker. Hängst du immer noch an der Banane? Ich esse ihn langsam. Na und? Oh, ich hatte gerade eine geniale Idee. Wie wäre es mit einem kleinen Bananenwettessen? Wollen wir um Geld wetten? Nur, damit es noch ein bisschen spannender wird. Na gut. Okay. Du zuerst. Auf die Plätze. Fertig los. Ich hoffe, du hast einen extra Bananenmagen, du kleines Äffchen. Warum kauen, wenn du auch, äh, hauen kannst? Hä? Wie kannst du denn schon fertig sein? Was? Ja, danke für die Klete, Süße. Oh, Mann. Jetzt ist die Zuckerwatte an der Reihe. Meine Lieblingsdisziplin. Mal sehen, ob du das auch noch hinkriegst, Emily. Ach ja? Ganz schön große Fresse für eine Verliererin. Was cool an Zuckerwatte? Man kann sie ganz leicht auf einem Bruchteil ihrer Größe zusammenknüllen. Schau mal. Schau mal. Mit einem Habs weg. Ach, du willst mich wohl verkackern. Oh Mann, ich hab all mein Geld verloren. Okay, alle leckeren Dinge sind drei. Einverstanden? Denkt ihr, dass Liddy dieses Mal eine Chance hat? Hey, Lilly. Hey, Lilly, du bist ja schnell wie der Wind. Ha, voll der Witz. Moment, hab ich nicht grad... Hä? Fertig. Ach, ich bin voll. Krass, Emily. Du bist wie eine Naschkönigin. Danke dir. Ach, abgezogen. Oh Mann, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Und, haben euch unsere Tricks gefallen? Dann nicht vergessen, unseren 123GO-Challenge-YouTube-Channel zu abonnieren. So verpasst ihr keine neuen Videos. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Und was ist eure Lieblingschallenge? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.